Close to our customers. Die Wirtgen Group ist ein international tätiger Unternehmensverbund der Baumaschinenindustrie und starker Teil von John Deere. Unsere Kraft resultiert aus der Stärke der traditionsreichen Produktmarken Wirtgen, Vögele, Hamm, Klemann und Benninghofen. Als Technologieführer bieten wir unseren Kunden Maschinen für den Straßenbau und die Straßeninstandsetzung, Anlagen für die Gewinnung und Aufbereitung von Rohstoffen und Recyclingmaterialien sowie für die Asphaltherstellung. In den fünf Stammwerken in Deutschland fertigen wir eine breite, weltweit einzigartige und innovative Produktpalette. Neu- und Weiterentwicklungen für den Straßenbau. Hier im Wirtgen Stammwerk in Windhagen erarbeiten unsere Ingenieure Lösungen für den Bedarf unserer Kunden. Weltweit anerkannt ist unsere Kompetenz in der Schneidtechnologie. Taktmontage Großfräsen. Wirtgen ist Weltmarktführer für Kaltfräsen, Gleitschalungsfertiger, Kaltrecycler und Bodenstabilisierer. Und hier ist ein WR-240 fertig für den ersten Einsatz. Bodenstabilisierung und Kaltrecycling in den USA. Unsere WR-Maschinen verwandeln Böden in hochwertige Tragschichten. Das Flaggschiff bei den Kaltfräsen, hier mit einer Fräsbreite von 3,80 Meter, unsere XXL-Lösung schafft einen echten Zeitvorteil. Wenn es eng wird, wie hier in Tokio, haben unsere Kunden mit der W200HI klare Vorteile. Per Hydraulik kann das Fräsaggregat bis zu 400 Millimeter in beiden Richtungen verschoben werden. Das macht flexibel. Sieber, der brasilianische Hersteller von Mischanlagen aus Porto Alegre, ist zugleich unsere lokale Produktionsstätte für ausgewählte Wirtgen Group-Maschinen. Kundennähe in Südamerika ist uns besonders wichtig. Zwei weitere Hochleistungsfräsen im Einsatz. In Mexiko die W150 CFI und in Deutschland die W210FI für hocheffizientes und intelligentes Fräsen. Istanbul, Türkei. Ein neuer Großflughafen ist entstanden mit unseren Wirtgen Gleitschalungsfertigern. Hochbelastbare Betonfahrbahnen wurden in einer Arbeitsbreite von bis zu 16 Metern eingebaut und geglättet. Monolithische Profile werden wie hier in Alabama Offset in einem Arbeitsgang erstellt. Auch in der Surface-Mining-Technologie sind wir Marktführer. Surface-Miner schneiden, brechen und verladen in einem Arbeitsgang. Wie hier in New Mexico unser Top-Produkt 4200 SM. Über diese Technologie verfügen auch die kompakten Surface-Miner. Unsere Kunden sind damit gegenüber einem konventionellen Abbau klar im Vorteil. Unser Marktführer für Straßenfertiger. Vögele. In Ludwigshafen steht das modernste Fertigerwerk der Welt. Hier produzieren wir die besten Maschinen für unsere Kunden. So sieht es in der Vögele-Produktion aus. Klare Abläufe, hohe Effizienz. Präzision gilt bei jedem unserer Arbeitsschritte. Im Center for Training and Technology geben wir Wissen und Erfahrung direkt an unsere Kunden weiter. Das kommt und an. Die leistungsfähigsten Raupenfertiger ihrer Klasse kommen von Vögele. Mit einer Arbeitsbreite von bis zu 18 Metern ist der Super 3000-3i unser Flaggschiff. Hier entsteht nahtlos eine vierspurige Autobahndeckschicht. Zurück nach Istanbul. Unsere Vögele Highway Class in Action. Ideal für den Bau von Autobahnen und wie hier von Flughäfen. Peking, die Megamillionen-Metropole an einem ganz normalen Morgen. Der Bedarf an neuen Straßen in China ist ungebrochen. Deshalb sind wir vor Ort. Unsere Nähe zum Kunden wird hier besonders geschätzt. Auch in Langfang nahe Peking haben wir eine eigene Produktionsstätte. Hier fertigen wir Maschinen der Wirtgen Group, angepasst an die lokalen Marktanforderungen. Unser Qualitätsanspruch ist weltweit gleich. Und unser geschultes Personal produziert mit großer Leidenschaft und auf höchstem Niveau. Wie der Super 1880-3L. Der bei den Profis beliebte Fertiger. Oder die Wirtgen-Kleinfräse W50H. Wendig, leistungsstark und besonders kosteneffizient. Unser Marktführer für Straßenwalzen, Hamm. Schon der erste Eindruck zeigt, Hamm legt großen Wert auf Design, Ergonomie und erstklassige Technik. Herzstück der Produktion, das modernste Bandagenwerk der Welt in Tirschenreuth. Aus Stahlblechen entstehen in der CNC-gesteuerten Rundbiegemaschine die Bandagenrohlinge. Hamm bietet eine umfangreiche Produktpalette für alle Bereiche des Erd- und Straßenbaus. Und steht für ausgereifte Maschinentechnik und Verdichtungstechnologie. Ein Beispiel? Die Tandemwalze DV-Plus 70i mit dem benutzerfreundlichen Bedienkonzept EasyDrive. Neben Wirtgen und Vögele kommen auf der Istanbul-Flughafenbaustelle auch Dutzende Hammwalzen zum Einsatz. Der Auftraggeber weiß um die Top-Qualität der Wirtgen-Group-Maschinen. Auch im indischen Pune fertigen wir neben Hammwalzen ausgewählte Wirtgen-Group-Maschinen für den lokalen Markt. Mit dem gleichen Qualitätsanspruch wie überall. Seit 2015 werden hier auch Siebanlagen von Kleemann produziert. Kleemann. Unser Spezialist für Natursteinaufbereitung und Recycling. Im Stammwerk in Göppingen produziert Kleemann eine breite Produktpalette an mobilen Backenbrechern, Kegelbrechern, Prallbrechern und Siebanlagen. Kleemann ist eine der Pioniere im Bau von raupenmobilen Anlagen. Die ständige Weiterentwicklung innovativer Technologien sowie das Training dazu ist für uns besonders wichtig. Wenn aus unhandlichen Felsbrocken definierte Körnungen werden, sind unsere Kleemannbrech- und Siebanlagen im Einsatz. Die robusten Maschinen werden zur Natursteinaufbereitung im Steinbruch eingesetzt oder bereiten Recyclingmaterial für die Bauindustrie auf. Beim Recycling sind wechselnde und schwierige Einsatzorte an der Tagesordnung. Eine flexible Anwendung, einfacher Transport, kurze Setup-Zeiten und eine hohe Maschinenverfügbarkeit machen den Unterschied. Benninghofen, der Taktgeber auf dem Gebiet der Asphaltmischanlagen. Als Schrittmacher der Branche bieten wir einzigartige Innovationen im Bereich der Asphaltmisch- und Recyclingtechnik. In unserem Werk in Wittlich produzieren wir nach einem ganzheitlichen Baukastensystem. Modular kombinierbar mit perfekt konzipierten Komponenten. Wenn es darum geht, Asphalt wirtschaftlich, nachhaltig und mit höchster Qualität herzustellen, haben wir für unsere Kunden die besten Lösungen. Ob transportabel oder stationär, Asphaltmischanlagen von Benninghofen bieten die perfekte Balance aus Leistungsstärke und Flexibilität. Ein geringer Montageaufwand, wartungsfreundliche, hochwertige Komponenten mit hoher Lebensdauer. Wir schaffen Anlagen und Technologien, die schon jetzt den Markt- und Umweltanforderungen von morgen entsprechen. Für die Wirtgen Group hat die Nähe zum Kunden und somit eine professionelle Betreuung absolute Priorität. 55 eigene Vertriebs- und Servicegesellschaften weltweit und ein flächendeckendes Händlernetz sind dafür eingerichtet. Reparatur, Service- oder Ersatzteilversorgung – unser speziell geschultes Personal steht unseren Kunden jederzeit beratend zur Seite. Ob mit Originalteilen der Wirtgen Group oder intelligenten Service-Systemen – wir verfolgen nur ein Ziel – die Zufriedenheit unserer Kunden. Service ist für uns eine echte Leidenschaft. Mit unseren weltweiten Niederlassungen, Händlern und unseren stets freundlichen und engagierten Mitarbeitern sichern wir unser Wirtversprechen überall und immer. Close to our customers.